Okay, dieses Video ist für Sunny Bunny. Sunny Bunny, wir vermissen dich ganz toll. Und die Lea, Magdalena muss ganz viel weinen, weil sie will unbedingt zum Sunny Bunny. Und sie ist mir zwei Jahre alt. Ist okay, wir sind hier warmtig wieder zum Sunny Bunny. Wir haben schon mit Musik probiert und mit dem Stoffhasen. Mit 1, 2, 3 Sunny Bunny, aber es funktioniert alles nicht. Der Sunny Bunny taucht nicht aus. Wie tut man dann, Sie dazu? Winke, winke. Das ist ein Lieblingssprüß. Das ist so ein Lieblingssprüß.